Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von TheBitAgoIsaacAfterMistPlus. Nach Ewigkeiten mal wieder, ich hatte mal wieder Bock drauf, von daher YOLO. Und ich habe mir ausgesucht den Forgotten im Hard-Modus, weil da brauchen wir noch den Mega-Satan, alles cool. Dann haben wir alles mit TheForgotten und außerdem ist TheForgotten halt mega stark. So, mal gucken, wie das hier alles ging. Ich habe lange kein Isaac mehr gespielt, von daher keine Ahnung. Eventuell bin ich einfach nach der ersten Ebene schon tot, aber bisher sieht das ganz gut aus. Und eigentlich ist TheForgotten halt auch mega stark. Das ist sehr gut, dass wir diesen Wowzewee-Bread hier bekommen haben, was gar kein Brot ist, aber egal. Denn das macht, dass unsere Angel-Deal-Chance, glaube ich, erhöht ist. Und das ist gut, weil wir brauchen Angel-Deals, weil Angel-Deals sind toll, weil die geben uns natürlich diese coolen Schlüssel, die wir brauchen. Warum ist das da so lila auf dem Boden? Wir brauchen diese Schlüssel, zwei an der Zahl, zwei Schlüsselstücke, um genau zu sein. Warum ist das hier so lila? Das war doch sonst nie lila, egal. Um zum Mega-Satan zu kommen. Und das ist unser einziges Ziel, als hier, wer auch immer wir gerade sind. Wie hieß der? So, Forgotten. Ich habe den da sofort wieder vergessen. Instant. So, was haben wir im ersten goldenen Raum? TNT. Na, 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 na. Ich weiß nicht, was das macht. Au. Ah, es macht einfach nur so ein TNT fast. So ein, wer es im Forgotten gar nicht kennt. Man kann, jetzt muss ich mal kurz gucken, was ich drücken muss. Aha. Man kann eher T drücken. Und dann kann man quasi The Lost werden. Und ihr seht oben links, wir haben zwei verschiedene Lebensanzeigen. Einmal diese roten Herzen zusammen mit Knochen drumherum. Das ist hier The Forgotten. Und wenn wir uns zum Geist machen, dann können wir durch Sachen durchschießen. Und haben dann aber, wow, nur noch ein Leben. Können dafür halt Range-Attacks nutzen, was ganz nett ist. Und wir sind allerdings an den Körper angebunden. Das heißt, wir können nicht Ewigkeiten von unserem Körper hier weggehen. Aber dieses TNT fast ist ja eigentlich voll gut. Und ja, können dann Range-Attacken machen. Ist ganz nett, finde ich cool. Und ist, ist, ist toll, ja. Ich dachte, dieses TNT fast macht, dass wir uns selber in die Luft springen. Aber dann ist das ja gar nicht so schlecht, wie ich das immer dachte. Ja, und das heißt, man hat quasi mit The Lost an seiner Seite, au. Äh, ja, immer ein Geist dabei, womit man jetzt einfach überall rüber schweben kann. Oder das war gut dabei. Und man kann auch noch sein Knochen hier aufladen. Und dann kann man den werfen und dann ist alles toll. Ja, so viel zu The Forgotten. Was würden wir freischalten? Wir würden, oh Gott. Wir würden freischalten. Erstmal hier, bitte kein Knochenherz verlieren. Das wäre voll toll. Ein bisschen blöd, dass wir die zweimal treffen müssen. Und dann, dich kommen wir gar nicht ran. Was machen wir denn jetzt? Ich glaube, wir müssen einmal der Geist werden. Ähm, wir würden zwei Koop-Geister freischalten. Da ich niemals Koop spiele, ist mir das voll egal. Aber ich möchte einfach nur alles haben in diesem Spiel. Also war auch irgendwann so Forgotten dran. Nicht, äh, nicht, ja doch, so Forgotten. Und ich habe ein bisschen die Hoffnung. Ja, bitte. Mach dein Laser. Und zwar nicht zu einer blöden Stelle. Oh Gott. Äh, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass mit The Forgotten dieser Part nicht allzu lange geht. Ah, du Arsch. Mein schönes blaues Herz. Äh, und wenn einer von uns, von den beiden Dudes hier stirbt. Also egal, ob The Forgotten oder, ähm, The Lost. Shit. Äh, dann ist der One vorbei. Und das ist ein bisschen kacke jetzt hier. Weil wir nur noch ein halbes blaues Herz haben. Welp. Aber wir kriegen immerhin hier Herzen dazu. Das ist doch schon mal ganz nett. Wir könnten noch nach einem super Geheimraum suchen. Aber ich bin gerade zu faul dazu. Ach ja, der Bellybutton, den wir gerade eingesammelt haben, macht, dass wir zwei Trinkets haben können. Und ich glaube, mit jeder neuen Ebene, die wir betreten. Wir müssen mal kurz, wir müssen darauf achten, wie viele Leben wir haben. Wir hatten eineinhalb Herzen, rote Herzen. Und aber auch noch zwei Knochenherzen, die ja auch jeweils ein halbes Herz sind, quasi. Ähm. Ja, und das andere Trinket, das wir gerade eingesammelt haben, gibt uns, glaube ich, in jeder neuen Ebene, die wir betreten, ein weißes Herz. Also so ein, so ein halbes weißes Herz. Das hier macht, wenn man die Ebene abschließt, dass man dann ein ganzes rotes Herz. Nein, bekommt, das war unser weißes Herz. Well, rip. Aber besser das weiße Herz, als unser Knochenherz. Ich hoffe, wir haben unser Knochenherz nicht verloren. Das wäre nämlich richtig sad. Ach ja. Und das ist dann halt Vor- und Nachteil von The Forgotten, dass er... Oh shit. Dass er quasi fliegen kann und sowas. Dafür ist er halt nur, ja, nahkampforientiert. Macht dafür da sehr viel Schaden. Und ja, ist ein sehr netter Charakter. Ich glaube, der ist bei Afterbiz Plus erst dazu gekommen, ne? Als neuer Charakter. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Aber ich glaube schon. Auf jeden Fall sehr cooler Charakter. Ich mag den. Habe ich sowieso vermisst. Woher. Dass es irgendwie so einen Nahkampf-Dude gibt. Dann haben sie ihn eingefügt. Da musst du ein bisschen rummäckern. Und dann fügen sie das ein. Die netten Leute hier. Von Edmund McMillen & Co. Ja, was war sonst los? Ich hatte ne kurze Pause mit meinem Kanal. Irgendwie vier Tage oder so. Einfach weil... Meine Oma Geburtstag hatte. Und dann musste ich natürlich zu meiner Oma gehen. Und hab quasi 23 Stunden am Tag nur gegessen. Und bin sechs Kilo schwerer geworden. Und hab mich richtig fett gefühlt. Ja, ja. Und ja, dann war ich da halt ein bisschen. Und konnte deswegen nicht aufnehmen. Und deswegen kamen auch keine Videos. Und ja. War vielleicht ganz gut für mich, dass ich auch mal ein bisschen chillen konnte. Jetzt zu Ostern wird das übrigens wieder ähnlich sein. Die Plopia ist natürlich geil. Moment. Wir nehmen die Plopia mit. Und sprengen die hier einmal in die Luft. Und hoffen, dass irgendwas Gutes dabei ist. Sind zwei gute Sachen. Können wir machen. Komm hier. Tada. More Options. I like. Play-to-play. Auch ganz nett. Kommen wir, glaube ich, überall kostenlos rein. Also wir müssen nur ein... Ich nehme sie vorhin mit. Wir müssen nur ein... Gut. Was ist denn, wenn man das zweimal mitnimmt? More Options. Keine Ahnung. Wir müssen nur eine Münze da reingeben. Und dann... Sind wir gut dabei. Dann können wir in Shops und sowas reingehen. Ohne einen Schlüssel zu benutzen. Das macht, glaube ich, dieses Pay-to-Play. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Aber ich folge es ja sowieso über alles nach drei Minuten. Für drei Minuten kann ich mir Sachen merken. Und danach ist einfach alles kaputt. So ist mein Brain, Leute. Ach ja. Wie auch immer ich so mein Abitur bestehen soll. Aber egal. Das ist eine andere Sache. Okay. Ich weiß nicht, wie viele Leben ich habe. Das verunsichert mich. Deswegen... Stirb. Stirb. Was für ein Damage. Wir haben Fünfer Damage. Okay. Der hat einfach ein Fünfer Damage von Anfang an. Das ist gar nicht so verkehrt. Stirb. Du blödes Monstro-Ding. Ich schlag dich an die Wand. Da. An die Wand mit dir, du hässliches Viech. Geh zurück in die Ecke, wo du hingehörst. Okay. So. Da ist noch so ein komisches Dingenskumpskirchen. Wir kriegen die ganze Zeit nur was für unseren Geist leider. Das ist ein bisschen sad. Aber passt schon. Ganz viele blaue Herzen. So. Den Devil, die dürfen wir sowieso nicht mitnehmen. Wir gucken natürlich rein. Einfach. Oh Gott. Äh. Damit das Spiel weiß. Yo. Du willst keine Devil-Deals? Da gebe ich dir ab sofort halt keine Devil-Deals mehr, Bro. So. Okay. Hä? War dieses goldene More-Options-Ding nicht das? Ach nee. Ich dachte, damit geht sowohl Devil-Deal als auch Angel-Deal auf. Aber das ist ein anderes Item. Ganz offensichtlich. Okay. Wir haben unser Knochenherz nicht verloren. Da bin ich sehr froh drüber. Und wir haben jetzt... Ja genau. Wir haben unser weißes Herz da verloren. Das finde ich sehr gut, Leute. Wir kriegen nämlich in jeder neuen Ebene ein weißes Herz. Wir kriegen viel zu viele blaue Herzen. Stimmt, das ist auch noch so eine Sache. Die habe ich ganz vergessen bei The Forgotten. Äh, er teilt sich quasi die Herzen mit The Lost. Heißt, ihr habt ja eben gesehen, ich konnte das blaue Herzen nicht einsammeln. Beide, sowohl The Forgotten als auch The Lost können jeweils nur sechs Leben haben. Das ist cool und doof, weil man dadurch halt wirklich umswitchen muss, wenn man wirklich viel zu viele Leben verliert. Das ist vor allem später halt ab The Womp ein bisschen problematisch, wenn man dann nur quasi nur fünfmal getroffen werden kann pro Charakter. Aber da sind wir ja noch nicht, von daher brauchen wir darüber noch gar nicht nachzudenken, Leute. Oh Gott. Okay. Ich glaube, ich benutze hier lieber The Lost. Das ist, glaube ich, angenehmer. Wenn man bei exklusiven Sachen nicht direkt dran stehen muss. Ach ja, was habe ich sonst an dem Gewürztag von meiner Oma gemacht? Wir haben, ich habe ihr Mousse-Schokolade geschenkt. Richtig schlau von mir, Leute. Einfach was kochen für die Oma, anstatt ihr irgendwas zu kaufen. Und ich mag Mousse-Schokolade selber so richtig gerne, deswegen war das eigentlich voll egoistisch von mir. Aber sie hat sich trotzdem gefreut. Ich weiß nicht, ob das jetzt so ein Fake-Freund war oder ob sie sich wirklich gefreut hat. Aber sie konnte es ja auch essen, von daher hat sie sich bestimmt gefreut. Und genau, spende hier einfach noch mehr Sachen. Weil du brauchst ja gerade keine Münzen, nicht wahr? Mann. Aufladen und Schuss! Und ansonsten waren wir noch in so einem 3D-Ausstellungs-Dingsbums drin. Nennt sich Mindwaste. Gibt es momentan nur in Hamburg. Ist, glaube ich, von irgendeinem Japaner kreiert worden. Und da... Ich habe mein Varsitz-Herz wieder verloren. Da geht es darum, dass... Oh, der Strohhalm ist nett. Ich nehme den Strohhalm. Der Strohhalm macht, glaube ich, Damage. Ich weiß nicht genau, was der macht, aber ich glaube, der ist gut. Ähm... Bei diesen Mindwaste, ihr könnt das ja gerne googeln. Das... Da geht es darum, dass so Bilder auf dem Boden aufgeklebt worden sind. Die halt dieser Japaner da irgendwie kreiert hat. Aha. Ähm... Dann sieht das so aus, wenn man sich da drinnen positioniert, als wenn man in dieser Szenerie drinnen steht. Und das ist halt ganz witzig. Und dann gibt es da ganz viele verschiedene Motive. Zum Beispiel, wie ein T-Rex dich angreift. Oder wie du in dem Maul eines T-Rex bist. Oder wie du in einer Miniatur-Maschine drin steckst. Und in Wirklichkeit stehst du einfach nur auf so ein Bild drauf. Und es sieht nur so aus, als wenn du da drinnen wärst. Auf jeden Fall recht witzig. Quasi etwas Spannendes, was auch die Oma mitmachen kann. Und ja, das haben wir da gemacht. War ganz nett. Aber da gibt es momentan leider nur in Hamburg. Deswegen, wenn ihr nicht in der Nähe von Hamburg seid, dann könnt ihr das leider nicht machen. Ich glaube, nachdem sie jetzt in Hamburg waren, werden die noch weiterreisen. Allerdings nicht in Deutschland, sondern nach Australien und nach Japan geht das noch. Und ja, war ganz nett. So, Joker bringt mich aber trotzdem nur zum Devil-Deal, oder? So oder so. Ich hoffe natürlich auf einen Angel-Deal, ehrlich gesagt. Ich habe noch nicht so ganz raus, wie der Strohhalm funktioniert, wenn ich ehrlich bin. Also er macht Damage, aber anscheinend... Oh, kacke. Wieso? Hä? Ich verstehe gar nichts. Wieso habe ich denn gerade kein Leben verloren? Also er macht Damage, aber anscheinend macht er nur so viel Damage, wie hier Blut ist oder so? Gar kein Plan. Okay, ich setze Joker ein, weil wir hier sonst gerade nichts haben. Kriegen ein Angel-Deal. Aha, Joker bringt einen auch zum Angel. Diese Chance hier unten zählt also für beides mit der Joker-Karte. Das wusste ich nicht. Finde ich interessant. Wir haben wieder ein Herz bekommen. Woher, frage ich mich. Egal. Können wir das hier noch irgendwie füllen mit dem roten Herz? Danke. Wir haben so viele Schlüssel. Oh, noch ein Sack. Schon der zweite. Wir haben den Sack auf Sacks und... Oh, der Sack hier. Ganz viele Säcke. Oh, richtig gut. Okay. Mega gut. Fast verdoppelt unseren Damage. Schlech. Schlech. Den besiegen wir auch. Sieht bisher ganz gut aus, dass wir auf jeden Fall zum Mega-Satan kommen. Also zumindest, dass wir die beiden dass wir theoretisch dahin gehen könnten, weil wir beide Schlüsselstücke haben Ob wir da jetzt wirklich hinkommen und den auch besiegen, ist eine andere Frage Vom Damage her passt es aber bisher auch ganz gut Dafür, dass wir erst in der, keine Ahnung wievielten Ebene sind, dritte, jetzt sind wir glaube ich vierte Ja Dafür, dass wir erst in der vierten Ebene sind, ganz nett so weit Ach ja Das war aber witzig, dieses optische Täuschungenhaus Haben wir auch ganz viele Bilder gemacht Ich wollte die eigentlich auch bei Instagram posten, aber ich bin zu faul dazu Also vielleicht kommt da irgendwann nochmal was Also folgt allen meinen Instagram Account, wenn ihr das sehen wollt Ja, wupp wupp Apropos Community Sachen und Social Media Ich habe bei YouTube eine Umfrage gestartet im Community Tab von meinem YouTube Kanal, also einfach mal auf meinen YouTube Kanal gehen, dann auf Community Dingsbumster gehen und da ist dann eine kleine Umfrage und da geht es darum, was ich nämlich Verlangsamt das goldene Ding hier Ja, ist ja witzig Äh Kannst du bitte aufhören Die Themen hier hin und her zu wummeln Im Community Tab ist eine Umfrage, was ich streamen soll Da habe ich vier oder fünf Spiele, glaube ich angegeben und ihr könnt ja gerne mal abstimmen Was ihr sehen wollt, wenn ich mal wieder streame Ich habe ja neulich Dead Cells gestreamt, das war ganz witzig Und irgendwie gefällt mir streamen auch Wenn dann so ein paar Leute sind Okay Danke Antivirus, dass du mein PC neu starten willst, aber jetzt gerade kann ich nicht So In vier Stunden kannst du mich nochmal fragen Das mache ich locker schon seit 48 Stunden Immer wieder sagen, ja, ja, sag das in vier Stunden nochmal Blablabla Ja, ich behalte mein PC über die Nacht an Lass mich in Ruhe Ich muss das ja nicht zahlen Hab ja keine Stromkosten, also alles cool Ist vielleicht nicht so gut für die Umwelt, aber pff Dafür, ich hab ne Visitenkarte, die aus 50% Rasen besteht, Leute Ich bin sehr Ökonom, jaja Lockdown, verdammt Äh, war's das schon? Ja Genau, ich könnte einfach Umfrage machen Wenn euer Spiel nicht dabei ist, aber ihr irgendwas anderes sehen wollt im Stream Dann könnt ihr auch gerne aber kommentieren Dann gucke ich mal, was ich da machen kann Allerdings bitte nicht mit sowas wie League of Legends oder Dota oder Fortnite Oder diese typischen Streaming Spiele Da hab ich irgendwie kein Bock drauf Fortnite vielleicht schon, aber Äh, nicht, nicht das klassische Fortnite Mr. Me, oh, mega gut Los, Mr. Me, hol mir dieses Item Ach, du Blödkopf Dann Müssen wir hoffen, dass wir Münzen bekommen Keine Münze Ich hätte gern dieses Item Okay, wir kommen später nochmal wieder Mr. Me ist aber auf jeden Fall erstmal recht gut Oh, oh, hier ist eine Batterie Das ist natürlich auch schön Hier Mops Pad Nee, danke Verdammt Ich will doch nicht sowas Ekeliges haben Okay, Mr. Me Komm mal mit Wir laden dich einmal auf Wo ist die Batterie hin? Hey, die Batterie ist weg What? Wieso ist die denn jetzt hier hinten? Die Batterie wandert einfach Was ist denn los mit der? Oh, Mr. Me Zweiter Try Los, los, hol das Oh, Mr. Me Du kannst gar nichts Du bist ein Blödkopf Oder kann der keine Items holen Die er nicht sehen kann Oder habe ich einfach nur mega, mega Pech Wir haben aber eigentlich einen Lack Müsste doch eigentlich ganz gut gehen Goldenen Raum haben wir Wir haben alles Da hinten ist noch eine Batterie Aber wir gehen erstmal zu Chat Hallo Chat Oh ja, ich habe gerade das Screaming Wieder so ein bisschen für mich entdeckt Aber ich weiß halt nicht, was ich scream soll Zu dem jetzigen Zeitpunkt Ist, glaube ich, Breath of the Wild Wild Zelda Vorne Wir kriegen leider nur einen Devil Devil Deal Das ist mega sad Kein Devil Deal Wir haben eine 81%ige Chance auf einen Angel Deal Kriegen trotzdem einen Devil Deal Das ist natürlich kacke Das ist natürlich mega, mega sad So, wir haben immer noch keine Münzen Aber ich habe gesehen, da hinten ist eine Batterie Müssen wir einmal kurz hinlaufen Bla, bla, bla So, was gibt es sonst noch Neues? Es gibt Ich habe ja erzählt, dass ich eine Maus im Haus hier habe Und diese Maus ist hier auch immer noch Wir wissen nicht genau, wo sie ist Aber Wir haben Jetzt das alte Zimmer meines Bruders aufgeräumt Und da lag noch eine Pralinen-Schachtel So eine Milka Pralinier-Schachtel mit Schokolade drin Und die war tatsächlich Ganz alle Also da war Ja, RIP-Interface Hat nicht geholfen, Kloxen Was du mir da gesagt hast Eventuell muss ich das nochmal an ein anderes USB-Ding anschließen Aber so hat das gerade nicht geholfen Mit dem USB-Dinger nicht ausmachen nach einer Zeit Keine Ahnung Blödes Interface Alles blöd Blöder Mr. Me Wenn wir schon bei blöden Sachen sind Naja, aber wir hatten so eine Pralinen-Schachtel da gefunden Wo locker 20 Schokoladen-Dinger drin waren Und das war einfach alles leer Die Maus hat sich da einfach durchgebuddelt Und hat die ganze Schokolade gegessen What the hell Also da war bestimmt die Keine Ahnung Fünffache Menge von der Maus drin Also die musste echt im Schlaraffenland gewesen sein Als sie diese Packung gefunden hat Oh man Die stirbt Ich weiß nicht mal Mäuse dürfen locker keine Schokolade essen Die können das locker nicht abbauen Das ist locker wie bei Hunden Shit Da ist unser Nettes Knochenherz weg Das ist sehr sad Äh, das ist locker wie bei Hunden Dass sie das nicht abbauen können Und locker stirbt sie daran jetzt einfach Die Arme kleine Maus Ist aber auch fies Du, du isst was Weil du denkst Ja, schmeckt ja lecker Aber dein Körper kann es einfach nicht abbauen Du, du, dein Körper ist das dann einfach Gift Mega kacke So Au Geil, danke Nein, nicht danke Okay, ich nutze aber auch viel zu selten Äh, so lost Um ehrlich zu sein Aber ich finde halt einfach viel zu geil Dass man so eine Nahkampfwaffe hat Ich mag das sehr Okay, Joker Soweit ganz nett Ich mag es allerdings nicht Dass es hier so dunkel ist Stimmt, da meinte auch Irgendwann Vor einem Monat oder so Meinte irgendjemand Ich glaube die Nikoro war es Dass ich das doch bitte Ein bisschen heller machen soll 150 Helligkeit Zumindest wenn es so dunkel ist Können wir ja mal machen Sieht jetzt vielleicht nicht mehr Ganz so nett aus Ich glaube wenn das so Kann mal der Krisseleffekt weggehen Wenn das so dunkel ist Dann den Gamma Hochstellen Dann kann man auf jeden Fall Mehr sehen Und das ist glaube ich auch Für euch besser, oder? Müscht ihr mir mal sagen Ob für euch das jetzt so besser ist Oder nicht Sieht man zumindest mehr Sowohl ich als auch ihr Alle sind glücklich Dadurch ist dann natürlich Der Effekt von Von dem Kurs nicht mehr so krass Und ich weiß nicht Vielleicht ist das schon So ein bisschen Cheating Im Spiel gegenüber Man sieht immer noch Weniger als vorher Ich bin auch gespannt Wie das aussieht Wenn der Kurs jetzt nicht mehr da ist Ob das dann richtig kacke aussieht Alles Wir werden sehen Ja Was noch? Ich war bei Wir waren Also mit meiner Oma Waren wir dann nachher Dann auch noch essen In so einer Kneipe Irgendwie die Allererste Kneipe Die es in Hamburg Überhaupt gab Und da war ich dann Auf dem Klo Und was habe ich da entdeckt? Leute Was denkt ihr? Was habe ich entdeckt? Richtig Ein Kotzbecken Also ich glaube zumindest Es war ein Kotzbecken Das sah aus wie ein ganz normales Becken Aber es war höher Es war so auf Brusthöhe Würde ich sagen Also auf meiner Brusthöhe Und Man konnte abspülen Aber da war kein Wasserhahn oben drüber Und es war ein großes Loch einfach In der Mitte Und es sah sehr aus wie ein Kotzbecken Also einfach zu kotzen Es war zu hoch Um sich drauf zu setzen Und es war zu Ja Und es war halt kein Wasserhahn drauf Um sich irgendwie die Hände zu waschen Von daher Das muss eigentlich ein Kotzbecken gewesen sein Finde ich witzig Dass eine Brauerei Einfach ein Kotzbecken hat Habe ich davor auch noch nie gesehen So Ich würde mir aber sagen Ob das normal ist Ich gehe jetzt nicht so häufig In irgendwelche Brauereien Oder Kneipen oder so Oder keine Ahnung Vielleicht ist das auch voll normal Und jede Kneipe hat sowas Aber normal ist doch Wenn man einfach in das Klo Reinkotzt Oder Fand ich auf jeden Fall Eine witzige Idee irgendwie Komm gib mir den Small Rock Ach man Hier sind so viele Blaue Herzen Kann sie alle nicht nutzen Das hat mir gar nichts gebracht Einfach mit The Lost Hier rein zu gehen Weil wir sowieso fliegen können Also es bringt uns so Halb vielleicht etwas Wenn wir jetzt rausgehen Weil Warte Ich möchte aber eine Sache ausprobieren Wir sind jetzt mit The Lost Reingegangen Wenn wir mit ihm rausgehen Okay Er kriegt trotzdem den Damage Ob er dann auch den Damage bekommt Äh Wir haben noch keinen Goldenen Rode Die müssen wir noch suchen Ach ja Das Kotzbecken Das fand ich auf jeden Fall witzig Keine Ahnung Kriegt ne Kriegt ne 8 von 10 für Für Erfinderisches Geisttum Dingsbums Jaja Yeah Ansonsten Gestern hat der Notre Dame gebrannt Leute Habt ihr das mitverfolgt Habt ihr Gesehen Also ich hab die ganze Zeit NTV geguckt NTV? N24? Ne NTV Ist das Ist das derselbe Kanal? Ich bin mir nicht sicher Ähm Ja Notre Dame Hier die Kirche In Paris In der Nähe Vom Louvre Und überhaupt Hat gebrannt Sah Sehr krass aus Ich seh nix Wieso ist mein Bildschirm schwarz? Danke Ähm Bisschen Sad Ist jetzt aber auch gelöscht worden Irgendwie Da ist jetzt auch nicht so viel passiert Tatsächlich Also für das wie es aussah Ist da wirklich richtig Krass aus Wie das alles gebrannt hat Und so Vor allem so ein Denkwürdiges Gebäude Dass das einfach in Flammen steht War jetzt nicht so ganz geil Ehrlich gesagt Aber anscheinend Konnten die das gut unter Kontrolle bringen Der Der obere Turm ist ja irgendwie abgeknackt Aber das war auch das einzige Und ein Feuerwehrmann Hat sich glaube ich Auch noch Verletzt Schwer Aber das war irgendwie Der einzige der sich verletzt hat Und es gab keine Keine anderen Opfer Und da Soweit eigentlich alles Alles cool Nur dieser obere Turm Ist halt weggegangen War gut Dass sie kurz davor Die Gott Die Statuen oben drauf Weggemacht haben Weil die wollten ja Das Notre Dame Das Notre Dame Den Notre Dame Die Notre Dame Die Notre Dame Sag ich mal Weil es eine Kirche ist Äh Renovieren Und deswegen haben sie Die ganzen Statuen da runter gemacht Und stellt euch mal vor Mit den Statuen drauf Wäre das jetzt alles angezündet Und die Statuen Wären dann mit der Zeit Runter gefallen Das hätte richtig Damage gemacht Glaube ich Aber so Eigentlich alles ganz cool Und vor allem die beiden Ähm Komischen Türme da Die beiden Ähm Eckigen Türme Die sind ja Da geblieben Also die sind stehen geblieben Und ins Innere Ist auch nicht so viel reingekommen Es ist eigentlich nur Dass das Dach weggebrannt Ich habe auch gesehen Dass Also heute Morgen Habe ich schon gesehen Dass da Eines dieser Fenster Diese Diese regenbogenfarbenen Fenster Auch Stehen geblieben ist Und im Inneren Ist eigentlich nur Einmal kurz die Decke eingebrochen Im Inneren ist glaube ich Aber auch nur Sehr sehr viel Stein Deswegen kann da auch Nichts weiter brennen Und ja Von der Innenausrichtung Einrichtung Aua Ist glaube ich Nicht so viel kaputt gegangen Also das Ja das Dach ist halt eingestürzt Was auch cool aussah So ganz knapp vor dem Vor dem Vor dem Kreuz Vor dem christlichen Kreuz Und da gibt es so ein paar Bilder dazu Wo dann die Asche Quasi vor dem Kreuz ist Und das Kreuz steht aber noch So ganz golden Und erhaben Über dieser Asche Finde ich irgendwie Ganz witzig Von der Symbolik her Schon ganz cool Es sah so ein bisschen aus Wie so ein Dark Souls Endboss Fight Also Wo man dann in so ein Ja wo man zum Endboss reingeht In seine Hilfe In sein Areal Und dann kommt der Endboss Also mich hat das sehr Da erinnert An diesen einen Endboss Mit seiner Krone Keine Ahnung Wenn ihr den kennt Bei Dark Souls 3 Ich glaube das war 3 Wo dann alles in Hauch gefüllt war Und dann kommt der da aus Der aus dem Nichts Und mit seiner Krone Und so Jaja Der Typ mit seinen Mit seinen langen Fingernagel Und so Jaja Daran hat mich das erinnert Es sah ganz cool aus Obwohl das Ereignis Natürlich nicht so cool war Aber ja anscheinend Ist ja nicht so viel kaputt gegangen Und die haben es vor allem Auch vor ein paar Jahren Ich glaube 2015 Mit einer Lasertechnik Irgendwie ausgemessen Das heißt Die können es wahrscheinlich Auch sehr gut 1 zu 1 wieder nachbauen Und so wie ich die Franzosen kenne Wird das bestimmt so gut sein Wie vorher Klar die Zeit Die da drin steckte Ist jetzt irgendwie weg Und mir tun die Leute Leid die da 200 Jahre Das irgendwie gebaut haben Aber so viel Ist da jetzt tatsächlich Nicht kaputt gegangen Halt nur das Dach Hätte auf jeden Fall Sehr viel schlimmer sein können Ach ja Deswegen Jetzt bleiben die Coolen Bilder hinterher Und sonst nix Was ich richtig Komisch fand War das NCC Auch Nachrichtenländer Aus Amerika glaube ich Da Da Sprechen ja immer Also die befragen dann immer Die Leute Eyewitnesses Also Leute die das Mit angesehen haben Wie das passiert ist Und da waren wieder Leute Bei Ja das sind die Ausländer Wie die Ausländer ist das passiert Und das war Terroranschlag Und bla 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 Aber so wie es jetzt gerade aussieht Waren das anscheinend Einfach nur bei Renovierungsarbeiten Dass da irgendwas schief gelaufen ist Man weiß nicht was Aber ja Und da glaube ich das auch mal Also ich habe irgendwie Gar nicht daran gedacht Dass das ein Terroranschlag Oder sowas sein könnte Finde ich immer richtig lächerlich Wenn dann die Leute All kommen Ja das sind die Ausländer Und Terror Und bla 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 So Ich weiß wir werden stärker Umso mehr Geld wir haben Und wir sollten jetzt Nicht so viel Zeug hier kaufen Aber ich kann doch nicht Die Spider-Mod hier liegen lassen Leute Ja Aber so war das gestern Hat aber dann gar nicht So lange gebrannt Ich glaube das hat 5 Stunden Oder so gebrannt Ne länger ne Das um halb Neu Ne um halb sieben Oder sowas Ist das glaube ich angefangen Und um 3 Uhr war es zu Ende Jetzt muss ich rechnen 5 Stunden plus 3 8 Stunden 8 Stunden hat es gebrannt Dann war das Feuer Unter Kontrolle glaube ich Also alles cool Obwohl es komisch ist Dass in der heutigen Zeit Sowas immer noch So lange brennen kann Nicht komisch Man sollte meinen Dass das schneller Zu löschen sei Lupp 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 Ach ja Leute war die schon mal Im Louvre Äh nicht im Louvre War die schon mal Im Notre Dame Ich nicht Ich war nur im Louvre Und nicht im Notre Dame Warum auch immer Obwohl es da gleich Nebenan ist Eigentlich Okay Wir nehmen mit Ist egal was wir mitnehmen Nehm das mit So Ist hier noch irgendwas? Nö Wir haben unseren Schlüssel Also alles cool Wir können auf jeden Fall Zum Mega Satan gehen Finde ich alles cool Die Notre Dame Leute Da wurde Napoleon Zum Kaiser Gegrillt glaube ich Kaiser ne? Oder König? Ich glaube Kaiser Richtig cool Leute Au 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 Oh jetzt müssen wir Natürlich aufpassen Weil wir Mit jedem Hit den wir hier bekommen Ein ganzes Leben verlieren Wäre ein bisschen kacke Okay Mehr Schaden Schaden ist gut Aber wir bräuchten irgendwie Mehr Leben Eventuell sollten wir ein bisschen mehr mit Äh The Lost arbeiten Weil wir seine Leben Einfacher auffüllen können Als die Von The Forgotten Okay Danke für den HP Up Das ist sehr gut Oh und wir kriegen sogar Ein Knochenherz gleich dazu Wenn man ein HP Up aufsammelt Das ist sehr interessant zu wissen Ne Lass mich Lass mich gehen Was auch richtig cool wäre Irgendwie eine Map Oder sowas Das würde ich noch voll abfeiern Aber Aber sonst Ja Sonst gibt es glaube ich Nicht mehr so viel zu erzählen The Sun Ist auch ganz nett Das ist ja quasi Eine Map Ja Gespielt Dass du immer Immer wieder zuhörst Finde ich Finde ich sehr gut Sind auch gleich schon da 24 Minuten Wir waren zu langsam Für den Boss Okay das finde ich Merkwürdig Dann haben wir auch schon den Boss Ein sehr einfacher Boss Plapp plapp Ich schlag dich kaputt Er konnte nur einmal kotzen Oder war er tot Noch ein Angel Die Das ist natürlich mega gut Oh da dürfen wir uns Sogar Sachen aussuchen Hm Was ist denn nett Ich frage mich Was das machen würde Mit unserem Knochen Das Das macht ja glaube ich So Mini Laserstrahlen Das macht nur Dass wir fliegen können Das gibt uns blaue Herzen Glaube ich Was keine Ahnung Was das da macht Macht das Laserstrahlen von oben Kann sein dass das hier Das beste ist Aber ich will wissen Was das hier macht Deswegen nehme ich Das mit Es macht einfach gar nichts Macht das denn was bei ihm Ja Hm Und was passiert Wenn man jetzt den Engel Nochmal besiegt Ich will es nur probieren Weil wir haben ja jetzt Schon zwei Schlüssel Ich habe das locker schon Mindestens achtmal probiert Was man dann bekommt Ich bin Ich glaube einfach Man bekommt einfach gar nichts Ja Man bekommt einfach gar nichts Aber ich wollte es einfach Nochmal wissen Leute Umso öfter ich das probiere Umso Schneller brennt sich das Bestimmt in meinen Hörn ein Ja ja So ist das bestimmt So Was haben wir hier Okay Bitte eine Trollbombe Leider nicht Hatten wir nicht noch Eine Jokerkarte irgendwo Oh Mehr Münzen Nochmal 3,5 Mehr Damage Ganz nett Was bist du Weiß man nicht 48 Stunden Unnötig Die Sonne Sterbt alle An der Sonne Baa 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 So Wollen wir eigentlich hin Auch wieder so dumm Ich gehe einfach in den Raum rein Obwohl ich weiß Dass das die falsche Richtung ist Keine Ahnung warum Ich sollte vielleicht mal ein bisschen Mehr nachdenken Bevor ich irgendwas tue Oh noch mehr Geld Ja Wir sind übel stark Irgendwie so ein 18er Damage ist schon nett Und jetzt haben wir auch noch 99 Münzen Geil 19er Schaden Schon echt ganz nett Wir müssen auf jeden Fall Durch diesen großen Raum Hier durch Bisschen assig der Raum Guck mal da war hier zum Beispiel Unser Unser Strohhalm mega gut Der Strohhalm ist leider Aus Plastik Ist verboten Leute Wir nutzen hier illegale Sachen Ist eine illegale Waffe Dann ist das kein Wunder Dass die Gegner dadurch Alle so krass sterben Ich frag mich Ja Macht doch ganz schön Guten Damage Ich frag mich halt Ob der Strohhalm Mit unserem Damage Skaliert irgendwie Oder worauf das ankommt Wie viel Damage er macht Kommt das vielleicht darauf an Wie viele Gegner im Raum sind Ich Keine Ahnung Leute Ich weiß es nicht Ist dir auch egal Ich will jetzt einfach Zu Mutters Herz Und dann sind wir ja quasi Schon fertig Und tot ist er Das tut doch weh Wieso tust du das Oh ich hätte ihn am Leben Lassen sollen Er hat für uns gearbeitet Wieso töte ich meine eigenen Leute Was aber mega gut Das ist dieses goldene Dingsbums Das wir da haben Oh apropos goldenes Dingsbums Das ist ja bestimmt auch Irgendein Relikt In dem Notre Dame Waren ja auch Sehr sehr viele Relikte drin Ich wusste zum Beispiel gar nicht Dass da die Dornkrone von Jesus drin ist Allein dass die aufbewahrt worden ist Auch schon damals Finde ich irgendwie heftig Wie seht ihr das Leute Ich finde es heftig Dass die da einfach drin ist Und die haben sie aber auch alle Äh da rausgeholt Stellt euch mal vor Das wäre alles abgebrannt Ich glaube da ist richtig viel Geschichte drin In dem Notre Dame Also so von den Relikten her und so Ich weiß jetzt nicht genau Was da drin ist Ich weiß nur dass da diese Krone drin ist Vielleicht gibt es da auch sonst Gar nichts anderes tolles drin Aber so von den Bildern her Sah das ganze Gebäude halt auch Eigentlich voll cool aus Außerdem Wieso wird mein Bildschirm immer schwarz Ich weiß es nicht Außerdem wäre das doch schade Schade wenn Quasimodo Kein Kein Zuhause mehr hätte Der arme Quasimodo Der Klöckler von Notre Dame Können die doch nicht einfach Sein Zuhause wegnehmen Klopp 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 Kaputtgeschlagen Ein bisschen mehr Damage Wäre noch schön Damit ich alles one-hitten kann Eh So Wir wissen nicht wo der Boss ist Heißt wir müssen tatsächlich Suchen ja Bist du vielleicht eine nette Du bist nicht nett Hier eine Bombe Au Cool Hier doch eine Bombe Ja Ich glaube man kriegt Schaden Wenn man neben ihm steht Während er eine Bombe in sich drin hat Okay Den teilen wir einmal Und dann können wir Hat das nicht so viel gebracht Egelus Au War's das da Dankeschön Wir müssen garantiert in den großen Raum Hier links Aber ich habe keine Lust Da rein zu gehen Deswegen Yolo Was macht eigentlich der Counterfight Penny Macht der das man Das Münzen droppen oder so Schon Danke für das rote Herz Knochenherzen sind aber so viel zu OP Finde ich Ich meine du kannst deine roten Herzen hier verlieren Wir hätten jetzt ja eigentlich ein ganzes Leben verloren Obwohl wir nur ein halbes rotes Herz hatten Aber Dadurch dass wir ein Knochenherz haben Haben wir halt trotzdem nur ein halbes Herz verloren Ist schon Echt krass irgendwie Also das rote Herz ist irgendwie Nochmal ein Leben dazu So ein halbes Leben Aber auch ein ganzes Leben In dieser Ebene jetzt Finde ich ziemlich OP Yeah Noch der Retrovision Oh Ups Ich wollte die Retrovision einsetzen Verdammt Was habe ich jetzt eingesetzt? Irgendwas komisches The Devil ne? Fuck Das wäre natürlich gut gewesen Beim Satan Aber egal Äh 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 Nein Aua ich will nicht gefressen werden Lass mich Nein Autsch Ich habe keinen Bock Mein Herz teil zu verlieren Deswegen mal eben kurz so Warum ich die ganzen Ähm Münzen hier aufsammel Gar keine Ahnung Ich habe ja schon 99 Kannst du ein bisschen Schneller sterben Ich will hier auch mal Zu Ende kommen Flop Flop Hallo Bestien Der Isaac Ja hi Guck mal Ach was man noch machen kann Man kann sich einfach Hinter seinem Körper verstecken Denn Der Nimmt Ja der der Ja Ihr seht das ja Der blockt die Geschosse Was echt nett ist Muss man sagen Voll nett von dem Dude Dass er das kann Okay er ist eingefroren Warum auch ihm Blub 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 Stöp 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 Dankeschön Und wir können Zu dem Satan gehen Sogar unter 40 Minuten Sieht ganz gut aus Dass wir den Satan Auf jeden Fall besiegen Jetzt hoffe ich halt Dass wir wirklich Zum Mega Satan müssen Aber Sieht irgendwie so aus So das Ding ist Mega cool Egg Tears Das ist okay Das ist auch okay Ich weiß nicht was das da macht Ich nehm es einfach mal mit You're tearing me apart Kein Plan Aber wir haben über 20 Damage Das ist doch nett Äh ich glaub Ja wir gehen sofort dahin Wir wissen nicht wie viele Leben wir haben Das ist ein bisschen kacke Also wir haben ein Curse Aber ist schon okay Können wir glaube ich mit Leben Zack 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 Nein ey Lass mich deine Hand kaputt machen Tja Zack Schild Schild action for the wind Oh das ist das ist ein bisschen assig hier Als so forgotten Hier ich sauge euch alle auf Oh Gott geht weg von mir Ja wie soll ich denn an die rankommen Das ist voll assig wenn man so nah an die Gegner rangehen muss So 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 Und Aufsaugen Heilt das einen eigentlich auch Dass man die wirklich irgendwie aufsaugt Okay Shit Wir verlieren mehr Leben als ich verlieren wollen würde Ach ja Ein bisschen Konzentration Weil Wir sind noch nicht mehr in der zweiten Phase Und wir haben jetzt nicht so Arg viele Leben Dass wir hier chillen dürften Obwohl unser Damage eigentlich ganz gut ist Ich frage mich gerade warum das trotzdem so komisch ist Ach man sieht ja sogar wie viele Leben er hat Aber dafür ist die Spider-Mot ja richtig gut für den Mega-Satan Okay erster Dings ist weg Ich glaube jetzt können wir gar nicht mehr verlieren Weil selbst wenn er uns noch ein paar mal trifft Ähm Wir haben ja immer ein Schild Und wenn wir dann in dieser Schild-Zeit Lol Danke Körper Ihn einfach die ganze Zeit hitten Dann sollte er eigentlich auch sterben Der kann jetzt noch nichts mehr spawnen oder? Ich bin mir gerade nicht sicher Ja Das haben wir auf jeden Fall geschafft Alles Klärchen Wir haben alles mit Mit Vergotten Ja Wui Das Bone Baby Und das Bound Baby Herzlichen Glückwunsch Ich hätte das Ending da eigentlich nochmal zeigen sollen Das ist nämlich mein allerliebstes Ending Wenn man den Mega-Satan besiegt Das gefällt mir am besten von allen Isaac-Endings Aber ja damit haben wir Einste Vergotten Alles auch freigeschalten Das ist schön Einer von den wenigen Charakteren mit denen wir alles haben Und dann würde ich sagen Was ist das mit dieser Folge? Ich bedanke mich recht herzlich für's Zuschauen liebe Leute Würde mich freuen auch wenn du nächstes Mal wieder dabei seid Wenn euch das mal gefallen hat Lass ein Like da Und wenn ihr keine Folgen mehr verpassen wollt Abo Bis zum nächsten Mal Tschüss